ich freue mich sehr dass du dich dazu entschieden hast bei mir zu sein ich habe etwas vorbereitet damit wir beide also nur du und ich ein wenig Silvester feiern können und zwar habe ich mir gedacht wir machen unser eigenes kleines Feuerwerk aber diese lauten Feuerwerke sind um ehrlich zu sein nicht so meins ich kann diese lauten Geräusche überhaupt nicht ab aber diese Explosion und wie es alles aussieht und dieses Sprühen der Lichter finde ich unglaublich schön deswegen habe ich etwas für uns beide überlegt und ich habe ein paar Wunderkerzen nur für dich extra gekauft die packen wir jetzt erstmal aus die packen wir jetzt erstmal aus die packen wir jetzt erstmal aus Das war's für heute. Weißt du, wie so runde Kerzen immer in so einer Plastiktüte mitverpackt sind, obwohl die ja trotzdem schon eine Verpackung haben? Das liegt daran, dass im Winter es ja meistens Schnee gibt. Also mittlerweile ja nicht mehr. Aber es ist eine Sicherheitsmaßnahme dafür, dass wenn man sie in den Schnee kurz ablegt, um mit der angezündeten Wunderkerze ein wenig Spaß zu haben, dass die anderen Wunderkerzen in der Zeit nicht nass werden, falls der Schnee schimmelt. Und ganz ehrlich, selbst wenn es keinen Schnee gibt und es einfach nur nass ist und regnet, ist es trotzdem sehr praktisch. Ich habe mir überlegt, dass ich dafür das Licht ausschalten werde, um den besten Effekt von der Wunderkerze zu bekommen. Deswegen nicht erschrecken, wenn ich jetzt einmal kurz das Licht ausmache. Hinter mir leuchtet es aber noch ein wenig, das mache ich jetzt auch noch aus. So, Achtung, jetzt mache ich die erste Wunderkerze an. So, Achtung. So, Achtung. Vielen Dank. Schon vorbei. Das war ein bisschen wenig, habe ich das Gefühl, aber wahrscheinlich nur, weil ich als Kind immer das Gefühl habe, dass die sehr, sehr lange brennen. Deswegen nehme ich das als nächstes erst einmal zwei von der Kerzen. Gut. Arto. Das war irgendwie viel cooler. Ich möchte aber nicht zu viele in der Hand haben. Nicht, dass mir hinterher irgendetwas abfackelt. Deswegen wird es die meiste Zeit bei zwei Wunderkerzen bleiben. Achtung, ich mache wieder die nächsten an. Okay. 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 Die eine hat etwas länger gebrannt als die andere. Ob es daran lag, dass ich die eine ein paar Sekunden her angemacht habe oder war die andere einfach ein bisschen anders verarbeitet. Man weiß es nicht. Gut. 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 Das sind gerade eben Funken von abgesprungen und direkt auf mein Mikrofon gefallen. Aber zum Glück hat nichts angefangen zu brennen. So, jetzt machen wir noch einmal zwei, aber es riecht auch schon ganz schön verbrannt, muss ich ehrlich sagen. Und weil ich direkt mal unter einem Feuermelder sitze, habe ich ein bisschen Angst, dass gleich der Feuermelder angeht. Deswegen werden das jetzt erstmal die letzten beiden sein. So, Ach, das war cool. Ich habe Bock, noch welche anzuzenten. Ach ja, ich halte mich auch nie an das, was ich mir selbst vornehme. Immer wenn ich sage, ich gehe jetzt ins Bett, dann bleibe ich mindestens noch eineinhalb Stunden wach. Kennst du das auch? Achtung, jetzt machen wir wieder zwei an. Achtung. Gut, jetzt mache ich aber langsam wieder das Licht an. Jetzt siehst du mich, aber noch nicht gut genug. Achtung. So, es hat nichts angefangen zu brennen, das ist ja schon mal gut. Okay, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dir ein wenig Silvesterstimmung gegeben, ohne dich wirklich wach zu machen. Und dass du jetzt schön entspannt einschlafen kannst. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr 2020. Und ich wünsche dir alles, was du brauchst, um diese Jahre, die kommen, erfolgreich zu überstehen. Und ich wünsche dir Gesundheit. Und ich wünsche dir Weisheit und Erkenntnis und alles, was du brauchst. Und viel Kraft und auf jeden Fall einen guten Schlaf. Danke, dass du dabei warst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. 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 Its Nadal mir Hudson exhhrlich ist da auf en Thena.